Ja, hallo und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Erster Part im neuen Jahr, den ich direkt noch im alten Jahr aufnehme. Deswegen kann ich zum neuen Jahr nichts sagen. Aber ich hoffe, dass ihr ordentlich feiern konntet, dass ihr ordentlich Spaß hattet und dass ihr viele schöne Sachen gehabt habt, die ihr mir hoffentlich in die Kommentare vom letzten Part geschrieben habt. Aber auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil, wie gesagt, der Part wird jetzt halt direkt hinter dem anderen aufgenommen, denn, ne, wenn man schon mal Zeit hat, dann kann man direkt zwei Parts hier aufnehmen und dann ist das sehr, sehr gut. So, Linky Boy wird jetzt weggeschossen mit einem schönen Absmash und damit haben wir auch direkt die erste Challenge hier gemeistert mit Bomben. Ja, sehr, sehr gut. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich relativ stolz. Ja, 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 das ist okay. So, auf jeden Fall, wir müssen ja zum Dreiergate hier. Ja, da stehen uns die beiden Ice Climby Bindies in der Weg mit Duong, 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 Duong gehört mir man kann ich das nintendo scope auch mal einsetzen das ist die einzige waffe die ich aus dem melee kennedy da benutzt haben und da war die witzig so das war relativ knapp und ich habe relativ wenig gesagt aber immerhin haben wir den kampf gegen die ice climbers gewonnen und darum geht es ja wie gesagt ich hoffe ihr habt ordentlich gefeiert ich hoffe niemand ist zu schaden gekommen mit sprengstoff ist das ja nicht immer gegeben deswegen hoffe ich dass da niemand sich die foten verbrannt hat denn das ist nicht schön das ist nicht schön das würde ich an eurer stelle nicht machen foten verbrennen ist eine schlechte sache jetzt natürlich fragen holen wir uns einen richtig fetten ghost mit dr willy wir haben natürlich geistvorteil allerdings auch 4000 powerpunkte die uns da fehlen dr mario ausdauersmash und alle haben natürlich 100 haben alle davon 100 ja okay das leute das sieht schlecht aus für uns das war gegebenenfalls ein reinfall unvorteilhaft unvorteilhaft aber einen guten geist hier den kann man natürlich nicht links liegen lassen lassen dass ihn gucken wir mal über den verteidigungstyp um und filtern wir mal nach abwehrtüb und dann gucken wir mal ob wir einen level drücken kein level drei abwehrtüb das natürlich nicht relativ blöd doch und deshalb expedition sehen was dann holen wir den aus der expedition zurück auf aktivität der ausflug der müsste jetzt dadurch sein und mir mal hoffentlich hat den araster schon ein paar levels gesammelt damit ein bisschen stärker ist ja ein paar levels dann sollten wir auf jeden fall die akunde natürlich wieder starten unsere level drei geister müssen wir aufpowern dass das hier vorwärts geht und dann machen wir mal best of rank und hier grab typen brauchen wir natürlich und wir brauchen allerdings auch partner eboli zack los geht's wäre schön ein ausgeglichenen typ kann man immer gebrauchen und dann schicken wir die mal auf eine expedition so sonst haben wir nur dojos und da bin mir noch nicht reingefuchst die frage ist um leicht stärker angriff und würfe das klingt doch mal ganz freshy peshy bringert schaden durch gift versteckt deine standard angriffe dann machen wir doch mal arbeiten wir uns nochmal dahin vor und das können wir uns sogar leisten und jetzt haben wir stärkere standard angriffe was natürlich sehr sehr vorurteilhaft ist johann den rest des skill bombs können wir jetzt erstmal ignorieren aber wir gehen nun in unsere gruppe und werden nun celeras also unseren verteidigungsgeist berufen dann haben wir natürlich einen ausdauerkampf deswegen nehmen wir natürlich unseren ausdauer plus bonus hier mit vielleicht hilft uns die feenflasche so jetzt gehen wir auf jeden fall auf celeras so jetzt sind wir natürlich immer noch gegebenenfalls ein wenig schwächer allerdings genau können wir zehn er das jetzt versuchen zu stärken auf wie viel power kriegen wir denn hoch haben wir ein paar normale bonshees rein oh oh hey du bist scheißdreckenschwach m m das schaut mies aus das schaut relativ mies aus für uns ich will den donky kam oder so ich kann natürlich auch projekte ne Oh Gott Ah Der Ultra Smash wäre jetzt natürlich gut gewesen Aber das Nein nicht nochmal Nicht nochmal Nein 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 Oh nicht nochmal Dann krieg ich mir doch noch mehr auf den Beat Aua Aua So jetzt setzen wir den nochmal ein Allerdings wird das glaube ich nicht unsere Rettung sein Denn mit 10 kp Ist da nicht viel Zuholen Jip Und da trifft uns der Stern Aber ich sag mal unser Ultra Smash hat ja auch nicht mal richtig Schaden gemacht Ne Ja auf jeden Fall die 10er Rass Äh Aktion ist Glorai schief gegangen Und deswegen ziehen wir uns jetzt erst einmal zurück Und so wir können ja natürlich Level 5 Ne warte Wo waren sonst Level 5 hier Irgendwo ist doch ein Level 5 Da ist Level 5 Das können wir aktivieren Dann können wir auch da hinten durchlatschen Wo auch immer uns das hinfällt Auf jeden Fall gibt es da noch einen Schatz Aber dann haben wir die anderen Türen noch nicht Erkundet Allerdings würde ich sagen Ein Schatz ist ein Schatz Und den können wir uns ja mal snacken Wenn wir uns hier schon durchgekämpft haben Und dann kriegen wir hier Einen Karton Metal Gear Racks Zweimal Metal Rob Gucken wir mal Ob unsere Angriffskraft hierfür reicht Und dann gucken wir welchen Charakter Wir dort freischauen können Ich habe irgendwie das Gefühl Dass es Snake ist Aua Ist auf jeden Fall ein Ausdauersmash Ne doch nicht Ne doch ein Ausdauersmash Kann man große nicht eingraben Doch kann man Aber danach Müssen wir uns erstmal aufladen hier Aua Ist die Stage Hazards kommen Und wir haben keine Leben mehr Au 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 Aua Wir hätten das vielleicht ein bisschen besser durchplanen müssen Jetzt hat er herausgefunden Dass er einfach eine Up Air machen kann Wieso habe ich den eingesetzt Nein Aua Wir haben auch keine Tinte mehr Aua Das ist vielleicht ein bisschen schief gegangen Ich würde sagen Wir nehmen die Feenflasche auf jeden Fall raus Special Seitwärts Ja komm das ist doch ganz gut Dann können wir sie ein bisschen überrollern Mit der Farbe Das ist dann ja glaube ich Nicht ganz vergehrt Wenn wir das machen können Aber die schießen halt direkt auf mich Ja meine Güte Ja Calm down Calm down mit den Items hier Alter Chillt mal Und diese Items gehen mir langsam auf den Keks hier Das Problem ist Wir haben schon wieder keine Tinte Hey Ich wollte nach unten Der hat mich nicht nach unten gelassen Was ne Arsch Zeit special Komm schon Komm schon Do it Okay wir sind dran Das war es für uns Das war schön euch gekannt zu haben Und ich kriege richtig auf den Items Richtig auf den Items Richtig auf den Items Was müssen wir doch schaffen hier Komm jetzt Zack 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 Anfang geht ja eigentlich immer ganz gut Am Anfang schießen die Laser auf uns Weil das sind echt Ne das sind echt Zwei Quadratsschädel Aua So einer ist gleich down Wir haben einen schon down gemacht Und wir haben keine Tinte Aber unser Side special ist natürlich relativ stark Ja meine Güte Also die Kombos von dem Typen Jetzt lass mich doch einfach irgendwann mal angreifen Ey meine Güte Alter der Kombos Und so hart hier Puh Endlich haben wir das mal geschafft Boah das war Das war ein harter Kampf Leute Das war ein harter Kampf Snake Ob es das wert ist Werden wir dann beim nächsten Mal finden Äh herausfinden Wenn wir versuchen Snake freizuschalten In Super Smash Bros. Ultimate World of Light Wir haben einen Versuch sehen Und Tschüss